ErzTV nimmt Sie mit auf eine 100-Hunder-Runde. Die 44. Station ist in Johanngeorgenstadt. Bekannt als Stadt des Schwibbogens, lassen sich im Grenzort auch mehrere Hunde entdecken. Einer steht an der Eibenstocker Straße in Höhe vom Platz des Bergmanns. Hier ist auch der riesengroße Schwibbogen und die überdimensionale Pyramide zu sehen. Der Hund zeigt den Weg zum Pferdegöbel. Dahin ist es mit dem Auto über die Schwefelwerkstraße oder zu Fuß über den Weg vorbei an den Holzfiguren des Exzolantenzuges nicht mehr weit.